eine zweite möglichkeit ein video hier reinzustellen ist wie der expressaufnahme da klicke ich jetzt mal drauf und es öffnet sich ein fenster in dem jetzt hier ich zu sehen bin also direkt meine webcam hallo und wenn ich jetzt hier auf diesen großen roten button klicke dann wird auch tatsächlich die aufnahme gestartet ich tue das jetzt einfach mal damit wir sehen wie das abläuft also zählen runter der countdown und alles was ich jetzt sage ist eben in dem video hörbar ja das kann man sich dann auch auch anschauen es ist aber das verrate ich schon mal kein interessantes video also ich klicke jetzt wieder auf stopp ich habe jetzt hier mal noch eine vorschau so man sieht wie ich da jetzt dass das sage ich kann es auch runterladen was glaube ich eine ganz gute sache ist dass man alle videos die man aufgenommen hat oder ziemlich die wichtigsten videos auch lokal noch mal abspeichert weil es da halt doch oft einfacher ist die daten dann irgendwie zusammenzuführen zu editieren und so weiter kaltura hat ja auch eine funktionalität die schauen wir uns doch an aber lokal ist es selbstverständlich einfacher jetzt gehe ich mal auf das verwenden und wir sehen wie das da jetzt am server gespeichert wird also den namen kann ich hier auch eingeben ich mache hier wieder einfach testaufnahme und wir sehen hier so wie vorher eigentlich es gibt hier ja nicht nicht allzu viel was ich hier tun kann ich kann hier sagen ob es privat mal ist so dass ich das in meiner galerie auch sehe oder ob es veröffentlicht ist und ich speichere das jetzt mal einfach und gehe zu meinen medien hier sehe ich jetzt die testaufnahme sie wird genauso wie vorher beim upload wird das ganze noch verarbeitet man sieht außerdem auch dass das video von vorher diese projekte in studio dass das jetzt hier auch schon schon fertig ist und und einsatzbereit ist